Hallo, ich bin die Kelly oder auch bekannt als Mrs. Vlog. Ihr seht jetzt Nudo. Nicht-jugend-freie Kommentare. Ja, am Anfang war es nicht so gut. Also am Anfang hat es mich wirklich gestört. Mittlerweile kann man sagen, ich habe mich daran gewöhnt und ich kann auch, glaube ich, gar nichts dagegen machen. Egal, was für weite T-Shirts ich anziehe, egal, was ich mache, die Kommentare kommen immer. Und mittlerweile ist es mir voll egal. Am Anfang war es ein bisschen anders, aber mittlerweile ist es halt so. Siehst du mittlerweile weitere T-Shirts an deswegen oder sagst du einfach, das ist so dein Style? Nö, also ich habe schon immer ein bisschen weitere T-Shirts getragen, aber jetzt mache ich es in den Videos zumindest noch seltener als vorher. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020